Ich glaube, dass die meisten Leute einfach Angst haben. Einfach Angst. Ein selbstbestimmtes Leben kommt mit dem Preis der Selbstverantwortung. Das heißt, das erste Mal, wenn ich etwas selbst bestimme, realisiere ich auch, oh, jetzt muss ich auch Verantwortung übernehmen für diese Entscheidung. Da zieht sich alles zusammen. Da kommt nämlich ein Gefühl von, oh, paralysiert und oh, will ich das? Gleichzeitig ist es aber das belebenste Gefühl überhaupt, wenn du es dann machst und merkst, was für ein Potenzial in dir schlummert, wenn du das mal rauslässt und dann eben auch Verantwortung für deine Fuck-Ups übernimmst.